Hier, der Präsident hält schon seine Rede. Mein Dad ist der Beste. Wir werden die Wirtschaft ankurbeln, die Umwelt verbessern und die Geburtenrate erhöhen. Danke an alle. Wow, Dad. Und, hat es dir gefallen? Das hast du toll gemacht. Dad gegen Tochterwahl geht weiter. Man weiß nicht, wer gewinnt. Was würdet ihr sagen? Wer wird gewinnen? Dad oder die Tochter? Die Abstimmungsergebnisse. Ja, sorry Penny. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Mach dir keine Sorgen. Warum muss ich immer den Abwasch machen? Schreib das auf und lernt es auswendig. Das gehört mir nicht. Mir auch nicht. Oh nein. Hallo? Oh, es ist wieder mein Dad. Komm schon. Was? Dad? Ja, ich hab's zum Mittag gegessen. Ja, in Ordnung. Eine Schlange? Nicht mehr lange. Geh schlafen. Lauf. Oder ich kitzel dich. Oh nein. Er ist bewaffnet. Reicht das? Oh ja. Entspann dich. Penny, die Luft ist rein. Wo ist der Security? Phil ist ein Profi. Dieser Unterricht endet ja nie. Und er ist so langweilig. Ich werde ein Nickerchen machen. Zeit, meinen Koffer rauszuholen. Oh nein. Da ist ein roter Knopf drin. Penny, nein. Der Unterricht ist vorbei. Penny. Stopp. Hey. Ich will meinen Dad sehen. Sicherheitskontrolle. Wir machen nur unseren Job. Du hast nichts Verdächtiges bei dir. Ein Lügendetektortest. Hast du deinen Dad lieb? Ja. Stimmt. Ihre Herzfrequenz ist in Ordnung. Du kannst reinkommen. Und was ist mit meiner Frequenz? Naja. Dad. Nicht so laut. Er schläft gerade. Süße Träume. Fast hätte ich ihn geweckt. Mir ist so langweilig. Penny. Sie denkt, sie ist eine große Nummer. Lass uns etwas Spaß haben. Attacke. Verbinde mich mit dem Satelliten. Verbinde mich mit dem Satelliten. Verbinde mich mit dem Satelliten. Und das Präsidenten wird ständig von Paparazzi verfolgt. Oh nein, meine Augen. Ich werde noch blind. Das Rascheln kommt von hier. Phil, kümmere dich darum. Hack dich. Fotos ohne Erlaubnis zu machen ist nicht erlaubt. Und? Fühlt es sich gut an, wenn dich jeder fotografiert? Wer will antworten? Penny? Wo ist Penny? Penny? Sie wurde wieder entführt. Ein weiterer Tag. Eine weitere Entführung. Die Antwort ist A. Oh, Penny. Die Antwort ist A? Korrekt. Bye. Mein Kaffee. Das hat aber lange gedauert. Der ist schon kalt. Los. Wir wollen zum Konzert. Es ist zu früh. Wartet. Fee, tu was. Moment. Könnt ihr rauskommen? Ja, genau. Jetzt sofort. Da sind sie. Das BTS. Wir sind bereit. Dieser Ort ist das Paradies. Du solltest auch mal dahin gehen. Hört sich gut an. Ich werde dir auch etwas zeigen. Und? Was sagst du? Bist du das? Unglaublich. Penny ist die Beste. Wie hast du das gemacht? Penny, du hast gewonnen. Hier ist der Preis. Oh ja. Penny, mach dich bereit. Ich gewonnen. Was? Das war nur Zufall. und ich füge eine Krone hinzu. Nein. Das sieht schrecklich aus. Die Trophäe für den besten Wurf. Hier ist das Frühstück. Warte. Ich muss es zuerst probieren. Alles klar. Ich fange an. Nein. Ich muss alles überprüfen. Aber es ist nichts mehr da. Ich werde auch den Kaffee überprüfen. Es reicht. Der Kaffee ist zu bitter. Was ist mit meinem? Hätte besser sein können. Jetzt bin ich mit meinem Vortrag dran. Es reicht. Was ist hier los? Oh. Phil. Test. Test. Phil. Sorry. Diese Schule könnte besser sein. Mein Projekt schlägt einen Schritt-für-Schritt-Plan vor, wie man das gesamte Schulsystem verbessern kann. Wenn ihr mich zur Schulsprecherin wählt, verspreche ich euch, dass ihr es nicht bereuen werdet. Phil. Wir haben es übertrieben. Ich bin fertig. Was war das denn? Haben wir überhaupt einen Schulsprecher? Ich brauche Urlaub. Welchen Jung soll ich wählen? Der hier sieht aus wie du. Nee. Was hältst du von dem hier? Nö. Okay. Der hier? Tolle Wahl. Ratte mal. Welche Hand? Oh. Diese hier. Glückwunsch. Hey. Wo bringst du mich hin? Endlich. Das ist Penny. Wer? Ich verschwinde lieber. Äh. Hi, Penny. Danke, dass ich herkommen konnte, um meinen Vortrag zu halten. Hi, Schatz. Es gibt nichts, was ihr nicht tun könnt, wenn es um die Erziehung eurer Kinder geht. Herr Präsident, es wird Zeit. Lasst uns weitermachen. Wir müssen los. Es regnet. Ich werde nirgendwo hingehen. Ganz ruhig. Ich kümmere mich darum. Der Ring ist weg. Die Luft ist rein. Hi. Hab Korn und Cola, bitte. Hier. Danke. Das sollte reichen. Wow. Das ist mein Glückstag. Willkommen zu einem weiteren Vortrag. Heute werde ich eure Fragen beantworten. Traut euch. Na los. Herr Präsident. Ich habe eine Frage. Ich höre zu. Hatten Sie jemals Kontakt mit Ausgaben? Außerirdischen? Es gibt genug Beweise. Du meinst Aliens? Nein, niemals. Ich muss los. Danke an alle. Oh, was? Dad, warum hast du nicht die Tür gewählt? Wie fandet ihr unser Video? Schreibt uns, ob ihr an Aliens glaubt. Wir sind gespannt, was ihr schreibt. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. overlapping Melier. Und lasst die Tür. Whatsl bendest du noch? Wie ging es sichritte für sich, sondern быстр? Wir sind.